Zwei unterschiedliche Handbälle, einer neu, einer gebraucht. Warum sieht der Gebrauchte aus, wie er aussieht? Wir Handballer benutzen Harz. Harz ist ein Gripmittel, was wir an den Ball und an die Fingerspitzen schmieren, damit spektakuläre Würfe aus dem Rückraum und Trickwürfe aller Uwe Gensheimer auch von der Außenposition möglich sind. Wie sieht das Ganze aus? Das ist eine klebrige Angelegenheit. Wird auf die Fingerspitzen geschmiert. Und wenn man so talentiert wie die Jungs in weiß und schwarz ist, kann man auch aus der Nullposition Tore werfen.